Sollt's über etwa? Ich bin nicht. Hier können sie rüber. Hier müssen wir an der Mauer ziehen. Jetzt kommen die da rüber und laufen die wieder weg. Jetzt kommen wir hier so rein. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich auch wieder geneisen nach vorn. Jetzt kommt die Räume zurück. Hier kommt es noch ein Klapp. Hier kommt es noch ein Klapp. Hier kommt es noch ein Klapp. Jetzt kommt es noch ein Klapp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, jetzt gehen wir hier ab. Ich kann mal die Farbe ein bisschen gehen. was denn? da hat er ein Feuerchen. Fuh Teufel. Hab ihn auch nicht. Da hätte ich. Hab ihn auch Feuerchen gesehen. Ablöschen, ablöschen ist immer gut. Genau, gibt ja den Obsidian, ne? 2.25 auf Siegernblöck, das reicht erstmal. Und sonst noch hier Sandstein. Ich glaube Sandstein wäre doch was, oder? Für zuhause Sandstein. Auch mit. Sandstein. Wetter können wir mal mitnehmen. Wetter können wir mal mitnehmen. Ich weiß nicht was, oder was? So. Wo bist du grad Schuki? Küche. Küche. So. Mach ich Zwiebelhamburger. Oh. Ja, haupt auch, ne? Weiß schon, ne? Die Hosen halten es aus. So, jetzt wird Nacht. Das ist schon wieder beseitigen gehen, ne? So. Die eine Tanne ist ja auch gewachsen. Das ist sehr schön. Ok, jemand verschüttert? Ja, ist so hell? Das sehe ich hier nicht. Heute wollen wir uns ja nicht so lange hier dran aufhalten. Noch höchstens bei Nachtdurchgängen, wenn wir da kein Zombie-Budscher finden. Dann brechen wir das erstmal hier an. Vielleicht eine der nächsten Folgen, äh der nächsten Staffel ist dann das hier wieder weitermachen. Mal gucken. Mal gucken. Aber noch sehe ich ja nichts. Mal passen erst mal hoch. Er ist hier wieder knallnat. Ich weiß nicht, dass wir jetzt gerundlich sind. Dann wird den Mund abgeholt. Wie tun wir die Beine, weil ich jetzt nicht mache. Da ist die Beine, dass wir hier. Dann sähe ich durch die Beine. Die Beine zu mir. Die können Leitern gehen. Cool. Das ist so niedlich. 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 So, Zombie-Villager. Keinen einzigen gibt es hier. Du bist ein... normaler... Zack. Beseitigt. Was du dir bei dieser Erfahrungsfläche in Kaufstuhl gehst, kauf mir die gar nicht. Nein. Warum? Ich komme ganz gut auch ohne aus. So, die Hekte ist auch erledigt. Ja, ich wollte ein bisschen mit... Jetzt finde ich ja auch noch einen, ja? Ich habe noch keinen Haufen gefunden. Ich habe noch einen Lock. Ich habe noch einen tollen Villager. Das ist auch ein normaler. Oh, süß, ich komme noch ein kleiner hier. Gut, das ist ein normaler. Auf weg. Dann haben wir hier. Auf beseitigt. In der Spinne. Auf beseitigt. Ach ja. Ach, mit dem Dreischleicher. Auf. 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 Ja, das ging erst nicht hinten los. Auf. 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 Oh lecker! Ah, du bist jetzt nicht! Lecker! Au! Oh Hier kommt man die Sekunde. Das war dann wieder. Oh, ich habe es. Oh, 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 oh. Ja, du bist gleich der Heilpumpe. Lass mich umpacken. Lass mich umpacken. Jetzt pack dich mal nach hinten. Auch ein bisschen Blumenkästchen. Das ist. Der Klapp ist die Kasselung. Räume ist aber eigentlich falsch, das ist schwer. So, wie schaffst du los mit dir? Geben. Na, mit ihm hier, weil ich keine Heile. Ich hoffe doch. Er brüllt, ein bisschen erzittert. Also, wir fasseln. Das ist besser. Da, ja, wir fassen. Ja, das wird einfach. Es ist besser. Ich will schon. Das war's für heute. So Pumpe, wie sieht es bei dir aus? Ja, das kann ich schon. So langsam sollte er mal geheilt sein. So lang, also ein riesiger Geistreust. So lang, hallo, das ist echt interessant. So lang, aber noch eine kleine Geistreuse. So lang, als die Geistreuse. So lang, wie ist die Geistreuse. Dann kommen wir nochmal an unser Patient mal wieder, was ihm geht. Vielleicht geht sie mir mittlerweile besser. Was ist er denn? Ist er geil? Ja er ist geheilt, super. Das finde ich gut. Ähm, muss ich noch mal auf den Schulseiten gehen. Ist das geil? Okay. Ja. 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 Das war's für heute. Das ist noch ein paar Küsse, oder? Das ist noch ein paar Küsse, oder? Das ist noch ein paar Mal. Oh mein. 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 Bist du gerade schönes und ein paar Knurrihäuser bauen? Zumindest brauche ich doch unter Farbe. Schmerz. Untertrag. Upsa. Bist du da? Bauen. Wollt ihr unsere Häuser reinsetzen? Ja. Hier können wir noch eins reinbauen. So, und was machst du? Ich gehe jetzt gleich wieder ans Kochen. Wie viel zu essen hast. Salz. Das hört sich gut an. Ah. 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 Irgendwie tun sie es ja noch nicht. Ah. 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 Jawoll. Ah. Ah. Ich hab mir mal drei auf einen Blick gehabt. Ah. Ah. Ah,ah. Hier. Wie sieht man denn nicht glücklich die Kräfte? Vielleicht fehlt dir noch Weizen. Ja, aber das Essen haben wir ja. Ist das weit zu viel? Wirklich, schätze ich mal. Ich hab einen gekillt. Ich bin ein Mörder. Oh nein, du sollst dir noch ein liebevolles Zuhause bieten. Ja, ich wollte das wirklich nicht sagen. Oh, ich bin ein Mörder. Das war aber eine dofte Idee. Alles weg. Außer das Blutwort. Ich kenne mich schuldig. Ich weiß. Ich weiß. Ach, ich bin aber... Ich kenne mich nicht. Nein. Da muss da keiner abziehen. Ach, das wog mich jetzt aber. Das ist eine. Eine, die? Ich bin die Kasseckbein. Was soll es jetzt rein oder einfach? Okay. Das macht einen. Gut. Dann laufen wir mal ein bisschen. Pass auf. Ich bin auch kein Held.